So, na Hauptsache ihr habt Spaß, ne? Weiter geht's hier in Alien Isolation. Und hier waren wir letztes Mal stehen geblieben. Wir müssen das Heckgerät holen und ich glaube, wir sind letztes Mal direkt hier rauf. Und das mach ich jetzt auch mal. Das Ding hier holen. Komm, 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 lass los. Ja, es funktioniert. Jetzt lass mich los. Unten bleiben, unten bleiben, hier war's. Okay. Nee. Warte mal. Ich muss... Ja. Richtig, sie war unten. Ich muss noch mal ganz kurz auf die Karte gucken. Okay, lass mal schauen. Falsche Richtung. Okay, da müssen wir irgendwie hin. Es ist die Frage, genau, Datenzelle finden, um irgendwas zu reparieren. Ist die Frage, ist das unten oder ist das oben? Da, irgendwo in die Richtung muss ich hin. Naja, hier war das. Ist das einer? Ich seh das nicht. Wo geht denn der jetzt lang? Wo geht denn... Ist der weg? Ich guck mal hier durch. Bitte lass ihn weg sein. Lauf, 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 lauf. Nein. Nein. Lauf, 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 lauf. Na, verdammter Mist. Oh. Ich... Ich glaube, das war richtig. Ich glaube, das war richtig. Oh. Wo geht denn der hin? Kann ich hier rübergucken? Ich versuch's gerade. Halt, die Gülchen. Okay, er geht, ne? Gehst du? Ne, jetzt steht er da. Blöd ist das denn? Junge. Ich bin froh, dass ich euch gefunden hab. Habe ich den Schraubenschlüssel in der Hand? Ich weiß es nicht. Kommt er hier nochmal rein? Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Ich muss hier nur um die Ecke, ne? Ja, ja, ich muss nur... Das fühlt sich einfach so falsch an. Ich glaube, er kommt. Wir werden bald schlafen müssen. Was müssen wir... Schlafen? Ui. Da ist er. Okay, ich glaube, er kümpt. Die Station ist wie ein Friedhof, oder? Er kriegt jetzt von mir eine... Genau. Achtung. Oh, bin ich angespannt. Komm, 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 komm. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber... Das war deine Idee, nicht meine. Halt die Güschen. Mit wem redest du? Jetzt kommt er. Er kommt. Oh, bin ich angespannt. Danke, VR, für dieses Erlebnis. Ich liebe dich. Oh, wo ist der denn? Was schwebt mir denn da vor der Nase rum? Wir hätten das da drüben nicht machen sollen. Leise. Haben die das gehört? Nee, ne? Hier müssen wir lang. Okay. Take support. Ich glaube, hier war mal richtig. Oh, ihr schafft. Oh, da bin ich durch irgendwas durchgelaufen. Ha. Okay. Ha. Wunderschön. Hier treiben Dinge. Ich genieße mal kurz die Aussicht. Gehen wir noch ein bisschen in Deckung, nicht das... Okay, was ist mein eigentliches Ziel? Ich glaube, sie ist nach unten. Na los. Ich gehe da nicht runter. Kommt nicht in Frage. Jo. Sie hat einen Hacker. Das hat nicht funktioniert. Wir finden einen anderen Weg nach oben. Wir sind schon zu lange hier. Genau. Bleibt da, wo ihr seid. So, was suche ich? Ich suche genau im richtigen Gebiet. Kleine Karte. Oh, das sieht so episch aus hier. Ach, ich glaube, ich bin sicher. Naja. Äh, Mainframe... Ist es... Hat sich da was bewegt? Ja. Oh, shit. Loch. Da wollen wir nicht hin. Habt ihr gesehen, ne? Aber es kann... Nee. Es kam später, oder? Es kam später. Hier, hier ist dicht. Öh. Ich hab nur kurz die Lampe ausprobiert. So, was suchen wir? Wir suchen einen Chip für unseren komischen Hacker. Das, das. Da können wir mich zum Verstecken. Verstecken brauchen wir uns nicht. Verstecken ist uncool. So. Ja, genau da gucken wir jetzt mal rein. Okay. Du siehst... Was ist das? Egal, nehmen wir alles mit. Äh, hier. Warte mal. Ich will das haben. Warte an. Warte an. Geht das nicht? Voll. Okay. Was ist das hier? Hallo? Warum ist denn das so finster da hinten? Ich weiß, hier ist nichts, aber es gefällt mir nicht. Ich hab irgendwie den Verdacht, ich bin im Kreis gelaufen. Ich glaub, das ist mir schon mal passiert, ne? Äh, bewähr vom Taschendieb. Hm, alles klar. Okay, hier können wir... Hier können wir noch nicht rein, weil... Genau, da brauchen wir nämlich den Hacker für. Da können wir auch nicht rein. Sehr schön. So, einmal am Kreis gelaufen. Oh, da haben wir noch was. Genau. Ja, ja, ich erinnere mich. Hier sind wir runtergekommen. Richtig, richtig Nase kratzen. Na! Mann. Da war aber noch ein Abgang. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich bin so ein großer Hecht... Äh, so ein großer Freund davon hier drin rumzukrauchen. Was ist das zum Beispiel? Okay, das... Okay, alles klar. So, äh... Super. Ich weiß noch, hiervor musste man sich tierisch in sich... Äh, in Acht nehmen. Von diesen... Von diesen Dingen. Da haben wir noch mal eine Karte. Oh, das gute Hot Food hier. Pommes. Mh, French Fries. Mega Burger. Pizza. Oh, lecker. Oh, ein Speicherpunkt. Darf ich das Ganze... Oh, hier kann ich mich nicht nur verstecken, ne? Äh, was ist das? Das ist eine Dingswurz... Hier gab es irgendwo genau. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Oh, ha, 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 ha. Oh, baby. Ja, ich glaube, ich habe die gleiche... Die gleiche Reaktion. Was habe ich hier... Irgendwas habe ich noch gefunden. Irgendwas habe ich noch gefunden. Äh, frag mich nicht was. Das ist uninteressant. Das ist interessant. Und das ist auch... So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie man hier die... Wie man hier die verschiedenen... Erstmal gespeichert, Freunde. Bevor ich hier irgendwas... Irgendwas anderes mache. Ähm, wie sagte doch einer von euch? Man merkt die Anspannung in deiner Stimme? Nein. Ich habe überhaupt keine Anspannung. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. So. Madkit? Revolver? Wie zieht sich denn Revolver? Wie schieße ich? Mein Problem ist, ich habe kein... Ich habe kein Visier. Wie soll ich ihn damit treffen? Darf ich mal... Warte mal. Okay. Revolver. Okay, alles klar. Das werde ich mir im Eifer des Gefechts nicht merken können. Und das Schöne ist, ich weiß, ich kann mich noch erinnern, hier gab es so einen kleinen Jumpscare. Und ich möchte ihn nicht ausprobieren. Was musste ich jetzt überhaupt machen? Was war jetzt die Aufgabe? Durchsuchen Sie Technosupport nach neuen Datenquellen. Keine Ahnung, was das heißt. Was ist das hier? Kirschsaft. Habe ich das Ding jetzt schon repariert? Nee. Aber wir waren auch hier richtig, oder? Wir waren hier richtig. Wir waren hier richtig, oder? So. Musste ich hier durch? Bestimmt. Ach, die Schlüsselkarte, die lag dann nämlich. Ah, cool. Cool, 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 cool. So, und ab jetzt wird es unschön, weil ich bin der Meinung, das Viech war hier irgendwo das erste Mal aufgetaucht. Oh, eine Karte. Aber das ist bestimmt nicht hier gewesen. Hey, 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 hey. Da hängt wer ab. Ja. Erstmal gucken hier. So. Das gute Geld. Oder keine Ahnung. Irgendwannsche. Ja, man konnte ja auch noch craften. So weit weiß ich noch. Devastable Works Archiv Gucke ich gleich rein Gucke ich auch gleich rein Erstmal hier zu Senor Zu Senor Gammel herum Ich muss das nicht durchspielen Bauplan eingesammelt So den hat es erwischt Und zwar ganz übel Und in VR sieht er nochmal so schlimm aus Warte mal den kann man Ach er hat Sachen dabei Wie ging das mit dem Craft Craften Ne so nicht Konnte man hier Ne da ging das auch nicht mit dem Craft Ich habe keine Ahnung wie man Craftet Craften ist heute nicht Fackel Was haben wir da noch Madkit Das konnte man alles irgendwie Ach da an der rechten Seite Okay damit konnte man das Craften Locker bleiben Junge Da liegt noch was Okay Ich bin wieder drin im Spiel Ich habe wieder alles unter Kontrolle Hier gucken wir natürlich definitiv Nicht rein Weil wir haben ja das Ding noch nicht Weil wir den Hacker noch nicht reparieren Oh guck mal hier Wer will das haben Gibt das hier Was Bauplan Irgendwas Okay Ich muss sagen es ist wieder Und es ist noch um einiges schlimmer Also damals als ich das am Monitor gespielt habe Da konntest du ja Konntest du dich ja mal kurz abwenden Oh Gott Der Flugschreiber Hier kannst du das nicht Was Was Keine Daten Ich versuche gerade das im Blick zu halten Dateien fehlerhaft Der gute Datenschreiber von der Nostromo Konzentrier dich Unbefugter Zugang registriert Sicherheitsabregelung eingeleitet Sicherheitskontrolle wird ausgeführt Ja Super okay Warte mal Ruhe Was ist das für eine dramatische Musik Musik ist mir zu dramatisch Warte mal wie ging das Irgendwie konnte man hier Was ist das Ja wir konnten die irgendwie bewegen Aber Warte mal ist da was Da liegt irgendwas Warte mal ich versuche mal die Dinger hier zu bewegen Hier da Ne da So Dich auch Komm Ich muss warten bis er da ist Genau Jetzt Er hier Jetzt Du da Dramatische Musik Kommt doch eh kein Alien Wissen wir doch schon So Jetzt haben wir das Genau Jetzt ist der Hacker komplett Wir wissen dass Wir wissen Dass die Nostromo Hier war Beziehungsweise Dass sie den Flugschreiber gefunden haben Oh Gott Jetzt kommt das hier Kein Signal Warte mal Da Wie geht denn das Ich muss erst mal rausfinden wie das funktioniert Verstanden Könnte die dramatische Musik ausmachen Ist vorbei Jetzt gucken wir als allererstes mal hier rein Müsste ja jetzt gehen Genau Wo ist es? Da Äh Eins Zwei Zwei Wo ist es? Da Haben wir Mach auf Erst mal Entdeckung Okay Wichtiges Büro Wichtiger Schrank Wichtige Können wir nicht Da haben wir Da haben wir eine Zugangstür Eine Zugangskarte Ja keine ahnung warum das eine priorität war so wir haben einen hacker also in hätten was man jetzt komplett durch die ganze geschichte zurück machen sie aufzug zu communications genau wir wollen ja eigentlich immer noch und das ist die einzige sache die wir vorhaben kontakt zur torrents aufnehmen schön speichern erst mal komm schön schön speichern und ich habe langsam keine ausrede mehr also wie ich sagte man konnte ja damals schön weg gucken habe ich jetzt gespeichert ja man konnte ja damals schon weg gucken was ist das deaktivieren sie die sicherheit ach ja ja jetzt ist dazu verdammter mist ja weil ich da an dem flugscheibe rum gespielt habe jetzt kommen wir da nämlich rein genau hier kann man nicht rein ja aber zur sicherheitsabriegelung wo denn eins zwei alles riesi peasy cool 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 erstmal ganz locker bleiben hier erstmal ganz locker bleiben geld einsammeln ich glaube es war hier ich kann mich erinnern ich kann mich erinnern ich glaube wenn ich an irgendeines dieser terminals gegangen bin da wenn ich daran gekommen bin dann ist es ich will so gar nicht kann ich es mir noch mal anders überlegen oh scheibenkleister na klar komm und los geht's ich weiß das ist runter 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 oh scheiße oh hör auf oh nö was ist jetzt los okay glück gehabt der vr fehler hat mich gerettet ich habe kurzfristig nichts gesehen weil ich mit dem kopf im tisch war jetzt fängt es an ja mach krach genau mach doch mach doch und nee oh es fängt an Es beginnt!